Musik Herzlich willkommen zur katholischen Presseschau. Heute schauen wir nach Kuba, wo sich Mitte Februar Papst Franziskus und der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill getroffen und ein fast tausendjähriges Schweigen gebrochen haben. Ein zweites Thema werden Experimente an menschlichen Embryonen sein, denen eine britische Aufsichtsbehörde nun zugestimmt hat. Gast im Studio ist heute der Pressesprecher des Bistums Kur, Giuseppe Grazia. Herzlich willkommen, Herr Grazia. Guten Tag. Seit dem Jahr 1054, dem Jahr der großen Kirchenspaltung zwischen der römisch-katholischen Kirche und der Orthodoxie, hat es das nicht gegeben, dass ein Papst das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche trifft. Diese Begegnung am 12. Februar 2016 war Papst Franziskus ein Herzensanliegen. Schon mehrfach hatte er gesagt, dass er jederzeit bereit sei, seinen so wörtlich lieben Bruder Kyrill an jedem Platz der Welt zu treffen. Nun kam es auf dem Flughafen von Havanna früher als erwartet zu einem zweistündigen Gespräch zwischen den Kirchenoberhäuptern. Danach unterzeichneten sie eine gemeinsame Erklärung, in der es heißt, wir sind nicht Konkurrenten, sondern Geschwister. Stefan Ulrich von der Süddeutschen Zeitung schreibt das Zustandekommen dieses Jahrtausendereignisses dem Charisma von Papst Franziskus zu. Er kommentiert am 13. Februar Herr Grazia, wie gelingt es eigentlich Papst Franziskus so erfolgreich, Brücken zu bauen? Ja, das ist sicher sein Charisma, das ist seine hervorragende Kommunikation, diese Spontanität. Das fliesst ja dahin, wenn man ihn so beobachtet. Aber es ist sicher auch der Fall, dass er nicht nur einfach Brücken baut im politischen Sinn, also quasi weltliche Brücken versucht, taktische, politische, religiöse, interkonfessionelle und so, sondern Brücken zu Gott versucht zu bauen, was eigentlich ein Papst oder auch ein Bischof müsste. Und das ist sicher eine große Qualität dieses Papstes. Und in der gemeinsamen Erklärung, die sie da geschrieben haben, sieht man ja auch, man versucht Weltthemen, gemeinsame Weltthemen zu formulieren. Man spricht von der Familie, die in Not ist, man spricht von der Christenverfolgung, der physischen und der metaphysischen, also der realen physischen Verfolgung im Nahen Osten, aber auch der ideologischen, medialen Verfolgung in Europa. Also man sieht, die spüren gemeinsame Herausforderungen. Und das ist dann auch eine Form von Ökumene, wenn man die gemeinsam angehen kann, diese Herausforderungen. Das Gespräch mit der russisch-orthodoxen Kirche ist nicht der erste Brückenschlag, den Papst Franziskus unternommen hat. Er ist auf die Evangelikalen zugegangen und hat das Gespräch mit den Lutheranern gesucht. Die jüngste Annäherung an die russisch-orthodoxe Kirche ist geglückt, weil Franziskus und Kyrill sehr behutsam vorgegangen sind. Bei ihrem Gespräch haben die zwei Kirchenführer die früheren Belastungen außen vor gelassen und theologische Meinungsverschiedenheiten ausgeblendet. Heraus kam eine gemeinsame Erklärung, in der beide Kirchen deutlich machen, dass sie zusammenarbeiten wollen. Gemeinsam wollen sie Christen weltweit und das Leben schützen, sowie die Moral der Familie stärken. Guido Horst sieht die Annäherung von Havanna als Motivation für den ökumenischen Dialog auch zwischen anderen christlichen Konfessionen. Er schreibt am 16. Februar in der katholischen Tageszeitung die Tagespost. Die Botschaft ist die, wenn Katholiken und Orthodoxe über jahrhundertealte Gräben Brücken schlagen können, dann können das andere auch. Wenn Papst und Patriarch tausend Jahre Konkurrenz beenden, um großen Herausforderungen zu begegnen, ist das vorbildhaft. Glauben Sie, Herr Grazia, dass diese Begegnung von Papst Franziskus mit Patriarch Kyrill nun auch dazu anleitet, und zwar andere christliche Konfessionen miteinander wiederzureden? Es ist auf jeden Fall wünschenswert. Vor allem, dass man merkt, wir haben gemeinsame Herausforderungen in der Zeit, in der wir heute leben. In der Erklärung wird das alles sehr gut aufgelistet. Ich finde, das trifft ja eigentlich die meisten Probleme, die wir im Moment haben, trifft diese Erklärung ganz genau. Wenn man sieht, die Christenverfolgung im Nahen Osten, die ja sehr brutal geworden ist, die zunimmt, immer blutiger wird, und dann die ideologische, unsichtbare oder medial ausgeführte sozusagen Verfolgung der Christen hier in Europa, direkt im Zentrum der angeblich freien Welt, wo man eigentlich nicht mehr sagen kann, was man denkt als Christ, ohne dass man sofort dann medial hingerichtet wird. Also dann die Familienfragen, die sehr wichtig sind, die ganze Gender-Mainstreaming-Ideologie. Man sieht, die sehen diese Probleme. Und ich glaube, es ist eine große Chance für alle Christinnen und Christen auf dieser Welt, wenn man zuerst einmal von dort her kommt und sagt, wir haben eigentlich gemeinsame Herausforderungen, packen wir sie an, und vielleicht in einem zweiten Schritt dann fragt, wie können wir uns auch theologisch, ekklesiologisch, christiologisch und so weiter annähern, dass man das quasi einmal umdreht, diese Reihenfolge. Wir kommen zu einem anderen Meilenstein der Geschichtsschreibung, allerdings zu einem weniger erfreulichen. Anfang Februar bewilligte die britische Aufsichtsbehörde Human Fertilization and Embryology Authority einen Forschungsantrag des Londoner Francis Crick Instituts. Die Behörde erlaubte das sogenannte Genome Editing. Hier geht es darum, menschliche Embryonen genetisch zu verändern, um herauszufinden, welche Gene dafür verantwortlich sind, dass sich der Embryo zu einem gesunden Menschen entwickelt. Diese Versuche kommen natürlich nicht den Embryonen selbst zugute, denn am Ende der Versuche werden sie getötet. Johann Grolle vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel kann nicht verstehen, warum derartige Experimente in Deutschland verboten sind. Er fragt in der Ausgabe vom 6. Februar, Herr Grazia, für viele Zeitgenossen gilt der Mensch erst dann als Mensch, wenn sich das Gehirn ausbildet, wenn die ersten Synapsen entstehen. Wann ist der Mensch ein Mensch nach dem katholischen Menschenbild? Nach dem Menschenbild ist es klar, der Mensch ist von der natürlichen Empfängnis bis zum natürlichen Tod ein Mensch. Das ist ein großer Schutzraum, den die katholische Kirche hier errichtet. Der Mensch ist dann geschützt, wenn er nicht selber definiert, wann eigentlich ein Mensch ein Mensch ist. Also ob ich mein Gehirn vollkommen jetzt aktiv habe oder im Koma liege oder total krank einfach nur noch da liege, ich bin immer ein Mensch. Und wir haben heute natürlich diese Tendenz, dass man diese Grenze, wann ein Mensch überhaupt ein Mensch ist oder nicht mehr ist später im Leben dann, dass man die immer enger definiert, sodass man manipulieren kann, dass der Mensch dann als Material eigentlich einsatzfähig ist. Und diese Tendenz haben wir heute. Das ist eine politische Bewegung mit ganz perfiden Methoden. Auch versucht man hier, dass die Menschenwürde quasi für gewisse Menschen als ungültig zu erklären. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Man muss immer schauen, wo haben wir ein Frankenstein-Problem, sage ich immer. Also Frankenstein, Dr. Frankenstein hat es gut gemeint. Der wollte ja den Tod überwinden. Ja, aber es ist aus dem Ruder gelaufen. Und hier könnte es auch aus dem Ruder laufen. Die Technologie selber ist nie das Problem. Fortschritt ist eine gute Sache. Aber Fortschritt ist nicht schon erreicht, wenn wir anfangen mit Menschen herumzubasteln. Also wir müssen uns sehr genau hinschauen, was da gemacht wird. Wer den Menschen in seinen frühesten Entwicklungsphasen bereits als Menschen anerkennt, für den steht fest, auch die Würde eines Embryos ist unantastbar. Zu dieser Würde gehört aber auch das Selbstverfügungsrecht. Stefan Reder gibt hierzu in der katholischen Tageszeitung die Tagespost vom 4. Februar zu bedenken. Bei den geplanten Experimenten handelt es sich um fremdnützige Forschung. Für fremdnützige Forschung aber existieren klare Regeln. Zu ihnen gehört die Einwilligung der Probanden. Sich derer zu versichern, ist in diesem Fall unmöglich. Herr Grazia, man hat ja den Eindruck, dass die Embryos in Großbritannien freiwillig sind, über die Behörden frei verfügen können. Wie beurteilen Sie diesen Zustand? Ja, man versucht den Baum des Lebens, biblisch gesprochen, den Baum des Lebens zu ergreifen und ihn sozusagen umzumanipulieren. Man versucht den Menschen zum Experimentiermaterial zu machen. Angeblich für positive Ziele, ist klar, das versucht man immer. Aber im Grunde haben wir ja eigentlich einen Stärkekult heute. Wir haben einen sogenannten Optimierungskult. Alles muss optimiert werden, auch der Mensch muss optimiert werden. Und hier geht man sozusagen über kleine Leichen. Man versucht über kleine Leichen hinweg Fortschritte zu erzielen für angeblich sehr wichtige, große Ziele. Und ein Genetiker in England hat es formuliert in der Zeitung und gesagt, es sei der Triumph des Menschenverstandes, dieses neue Gesetz in England. Und ich musste sofort denken, das ist ein Triumph des Willens. Und wir wissen in Deutschland, was das heißt, Triumph des Willens. Und für mich war das wie, es klingt einfach ganz gleich. Also hier versucht eine Elite, versucht den Baum des Lebens an sich zu reißen und irgendwie etwas zu machen. Und ich frage nochmal, ich glaube, wir könnten ein Frankensteinproblem damit bekommen. Ja, das Gen über die kleinen Leichen, das klingt schon wirklich gruselig. Ja, gut, man kann es ja, ich sage einfach, ja, also dieser Triumph des Menschenverstandes, ja, das ist dann, was ist das für ein Triumph, wenn man über Leichen geht, um etwas zu erreichen. Ja. Die Erlaubnis für die Experimente an den menschlichen Embryonen erteilte die Human Fertilization and Embryology Authority in London. Diese Überwachungsbehörde ist zwar dem britischen Gesundheitsministerium zugeordnet, sie ist aber nicht direkt in die Strukturen eines Ministeriums eingegliedert. Katrin Zinkant bemängelt, dass bei so grundlegenden Entscheidungen wie die über den Eingriff in das menschliche Erbgut niemand nach dem Willen des Volkes fragt. Sie schreibt in der Süddeutschen Zeitung vom 2. Februar, Die Erlaubnis, am menschlichen Erbgut herumzuwerkeln, betrifft nicht nur die Forscher, sie betrifft auch nicht nur die Briten, sie betrifft die Menschheit. Das Genome-Editing kann die Zukunft der menschlichen Spezies verändern. Die Gesellschaft muss das Thema erfassen und sich ihr Urteil bilden können. Und dieses Urteil muss gehört und geachtet werden. Herr Grazia, finden Sie auch, dass man eigentlich auch die Gesellschaft mal fragen müsste, bei so grundlegenden Dingen wie den Eingriff ins menschliche Erbgut? Also ich glaube, bei moralischen Fragen ist das nicht angemessen. Ich verstehe das Anlegen dahinter. Man will einfach sagen, die Elite macht einfach, was sie will und das Volk hat keine Kontrolle darüber. Das ist schon ein guter Impuls. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, man kann über Menschenrechte nicht abstimmen. Ich möchte auch nicht darüber abstimmen, ob wir die Todesstrafe wieder einführen. Also das ist nicht eine Frage der Abstimmungen, sondern das ist eine Frage der Rückbesinnung. Was ist eigentlich unser Menschenbild? Was ist der Mensch? Wann fängt der Mensch an? Wann hört er auf? Und dazu muss man ja stehen. Dazu muss man stehen. Und wir wollen nicht Menschen benutzen, um irgendwelche Experimente an ihm zu machen, um für andere dann irgendwas zu tun. Dass sozusagen die Starken entscheiden über das Schicksal der Schwachen. Das hatten wir schon mehrfach in der Geschichte. Das wollen wir nicht wieder. Wir wollen es auch nicht durch die Hintertür mit technischen Begriffen, sodass niemand mehr versteht, was eigentlich passiert. Wir wollen den Menschen schützen von seiner natürlichen Empfängnis bis zum Tod. Das ist das, was wir wollen. Und die Gesellschaft müsste eigentlich dazu stehen, wenn sie noch irgendwie christlich ist. Ganz herzlichen Dank, Herr Grazia, für Ihre Einschätzungen und Ihren Besuch bei Kirche in Not in München. Danke für die Einladung. Das war die katholische Presseschau mit dem Pressesprecher des Bistums Kur, Giuseppe Grazia. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Sendung wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zur nächsten Sendung wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.